Radio 8, die Lokalnachrichten Schwere Vorwürfe gegenüber einer Lehrerin der Marx-Planck-Schule Eltern sind entsetzt Hast du schon gehört? Das überrascht mich aber auch nicht. So wie die rumläuft, sei ich von Anfang an gewusst. Ich bin froh, dass mein Sohn da nicht mehr hingeht. Hey Schwester Herz. Ich weiß, dass du momentan Ruhe brauchst, aber... Ich musste dich anrufen, ich... Ich mach mir Sorgen um dich. Die Situation spitzt sich immer mehr zu. Im Netz tauchen bereits erste Drohungen auf. Den Fragen der besorgten Eltern weicht die Angeklagte aus. Nach eigenen Angaben fühlt sie sich verfolgt. Monster, 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 Bitch. Du musst das nicht alleine durchstehen. Das weißt du. Wir sind für dich da. Wir sind deine Familie. Ich mein... Dafür sind wir da. Lass uns dir helfen. Sag uns die Wahrheit. Lass uns die Wahrheit. UNTERTITELUNG Hexe, Hexe, Lampen, wiederhöhe, Lampen, mein Sohn ist. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht.